In diesem Blog möchte ich Ihnen was erzählen über das Zusammenspiel und über die Gegensätze zwischen dem Europarecht und dem nationalen Recht und Sie ein wenig darüber orientieren, was es bedeutet, wenn Sie als österreichische Forscherin zum Beispiel nach Deutschland gehen oder wenn Sie als deutscher Wissenschaftler nach Österreich wechseln wollen oder nach Spanien oder nach Irland. Es geht also um das Zusammenspiel dieser Rechtsgebiete. Und ich beginne mal ganz einfach mit dem, wie in Österreich ein Gesetz entsteht. Das ist eigentlich sehr einfach und sieht auf den ersten Blick übersichtlich aus. Es beginnt ganz häufig damit, dass ein Ministerium einen sogenannten Ministerialentwurf macht. Das ist also, da sitzt ein Beamter oder eine Beamtin, meistens sind es mehrere, und schreiben einen Text. Dieser Text ist dann schon so aussehend wie ein Gesetz, aber ist natürlich noch nicht ein solcher und ist auch noch gar nicht in den politischen Prozess offiziell eingebracht. Man kann aber solche Ministerialentwürfe bereits kommentieren. Heißt also, wenn man sich für Wissenschaftspolitik interessiert, dann ist das typischerweise schon der erste Punkt, wo man anfängt. Man beginnt mit den Ministerialentwürfen. Dann kommt eine große Frage, nämlich die, ob ein solcher Ministerialentwurf eine Stufe überspringt und die lautet, wird daraus eine Regierungsvorlage. Eine Regierungsvorlage ist dann nicht mehr etwas, was nur unter Anführungszeichen irgendwelche Beamte und Beamtinnen in Ministerien machen, sondern da ist dann schon der politische Wille der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht. Und dieser politische Wille verfügt in aller Regel über eine Mehrheit im Parlament. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass daraus ein Gesetz wird. Formell darüber entscheidend tut dann der Nationalrat und der Bundesrat und am Ende wird das im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Auf dieser ersten, im ersten Block genannten Webseite, riesbkagv.at, wird in Österreich das authentisch, also verbindlich elektronisch zur Verfügung gestellt. In Deutschland ist die Situation etwas komplizierter. Dort wird immer noch nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Dort ist immer noch die Papierfassung, die authentische Fassung. Das Verfahren ist aber im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Wie Ihnen die Corona-Zeit gezeigt haben wird, gibt es allerdings von diesem Verfahren an einer wichtigen Stelle die Möglichkeit einer Abweichung. Alle Covid-19-Gesetze, die bis zum Sommer 2020 entschieden wurden und verabschiedet wurden, sind nämlich nicht nach diesem Verfahren ergangen, sondern nach einem sehr viel schnelleren Verfahren. Da hat nicht zuerst ein Ministerium und dann die Regierung irgendetwas politisch in den Prozess eingebracht, sondern da waren das die Abgeordneten selbst in einem sogenannten Initiativantrag. Das hat zwei große Vorteile. Auf der einen Seite, oder Nachteile, je nachdem wie man es sieht. Auf der einen Seite geht es viel schneller und auf der anderen Seite gibt es viel weniger an lästiger politischer Diskussion, weil man das eben innerhalb weniger Stunden im Extremfall im Parlament durchs Parlament bringen kann. Ich zeige Ihnen das deswegen hier so, weil ich Ihnen mitgeben möchte, das funktioniert in Europa so nicht. In Europa gibt es nur einen Player, der Gesetzgebungsvorschläge machen kann. Das ist nur die Kommission. Anders als das nationale Parlament kann das europäische Parlament also nicht sagen, wir wollen jetzt ganz schnell irgendwas beschließen, sondern man muss immer auf das Spiel der Kommission warten. Das ist der erste große Unterschied. Zweitens ist diese Grafik deswegen naiv, weil ganz viel von dem, was wir in unserem Gebiet, das uns hier interessiert, bearbeiten, europäisch überformt ist, also zurückgeht auf Europarecht. Europarecht fällt nicht einfach vom Himmel, sondern wird mitunter über Jahre gemacht. Wenn es dann aber endlich da ist, dann kann eben das Ministerium X oder Y nicht mehr einfach so sagen, wir schreiben jetzt einen Gesetzesentwurf, sondern kann das nur noch sagen, sofern das europarechtlich geregelt ist, wie das Europa macht und im Einklang mit Europa. Heißt also, wenn Sie nationale Gesetzgebung studieren und wenn Sie irgendein Themenfeld, das wir in diesem MOOC bearbeiten, studieren, dann reicht es nie, sich nur das rein österreichische oder das rein deutsche Theater anzusehen. Sie müssen immer auch nach Europa schauen. Und in Europa ist das Spiel deutlich komplizierter. Es ist schon deswegen komplizierter, weil wir andere Institutionen haben und weil diese Institutionen anders zusammenspielen, als man das in einem Mitgliedstaat gewohnt ist. Und es ist deswegen komplizierter, weil es mindestens drei relevante Quellen gibt. Es gibt also nicht einfach nur so das Gesetz, so wie im nationalen Recht, wobei es im nationalen Recht, wie Sie wissen, auch komplizierter ist. Ich vereinfache das jetzt. Es gibt Unterschiede in der rechtlichen Qualität dieser europäischen Gesetze, nämlich dahingehend, dass es einerseits Richtlinien und andererseits Verordnungen gibt. Das ist ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Und dann muss man noch einen Unterschied ganz wichtiger Weise verstehen, nämlich den, dass man in Österreich ganz gut mit der Situation lebt, dass das Oberlandesgericht Innsbruck zu irgendeiner Frage eine andere Ansicht hat, als das Oberlandesgericht Wien. Oder dass das Bezirksgericht Mistelbach irgendeine Entscheidung anders trifft, als das Bezirksgericht Chorneuburg. Damit kann man auf nationaler Ebene umgehen, das ist man auch gewohnt. Das ist auf europäischer Ebene nicht so. Da gibt es genau ein Gericht. Es gibt genau ein Gericht, das für die Auslegung von Europarecht zuständig ist. Das ist der Europäische Gerichtshof, weswegen die Judikate des Europäischen Gerichtshofs eben so eine Art von Rechtsquelle sind. Sie gelten so wie eine Verordnung oder wie eine Entscheidung, weil es eben nur eine Institution gibt, die das entscheiden kann. Allerdings immer nur den Einzelfall. Also nicht eben ab heute gilt das Folgende und dann kommt eine generell abstrakte Regelung, sondern im Fall Müller gegen Meier gilt, dass die Interpretation dieser oder jener Norm so und so auszusehen hat. Die Interpretation von Normen auf Grundlage von Einzelfällen, das ist das Privileg des EuGH, das tut sonst niemand. Die Situation ist also in Europa komplizierter als im nationalen Recht, obwohl das, wenn man möchte, trotzdem auf so eine einfache Folie heruntergebrochen werden kann. Sie sehen also auch hier jetzt drei wichtige Institutionen. Die Kommission macht immer den Vorschlag. Dann wird in diesem Vorschlag im Rat, das sind die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und im Parlament, das sind die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger beraten. Und dann kommt am Ende eine Richtlinie oder eine Verordnung raus, über die dann irgendwann der EuGH, wenn es entsprechende Interpretationsfragen gibt, auf Grundlage eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahren entscheiden wird. Wenn man sich das im Detail etwas näher ansehen möchte, dann kann man das zum Beispiel tun anhand der sogenannten Urheberrechtsrichtlinie in der Informationsgesellschaft. Eine Richtlinie, die uns beschäftigen wird hier, weil es darum die Gestaltung der Verwertung aus urheberrechtlicher Sicht geht. Wenn Sie das auf der zweiten Webseite, die ich Ihnen am Anfang genannt habe, nachvollziehen wollen, dann können Sie dort einerseits relativ schnell sehen, dass das Verfahren sehr gut dokumentiert ist und dass das Verfahren zu einer Richtlinie führt, das also über mehrere Jahre lang darüber diskutiert wurde, wie diese Richtlinie aussehen soll. Das, was Sie hier jetzt sehen mit diesen lilla Punkten hier, sind jeweils Interventionen des Rats oder Interventionen der Kommission ganz am Anfang und sonstiger Institutionen bei der Gestaltung dieses Textes. Man kann also relativ gut nachvollziehen, wie dieser Text am Ende aussieht und warum er so aussieht, wie er aussieht. Am Ende steht, wie gesagt, in diesem Fall eine Richtlinie. Ich werde Ihnen etwas später noch ein anderes Beispiel für eine Verordnung zeigen. Eine Richtlinie, in dem Fall also jetzt des Europäischen Parlaments und des Rates, die beiden Institutionen waren involviert, über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt. Eine solche Richtlinie muss jetzt im Mitgliedsstaat umgesetzt werden. Da beginnt dann die Ministerialbürokratie, von der ich am Anfang gesprochen habe. Also irgendwie landet das dann in irgendeinem Ministerium und dort arbeitet dann jemand, dem man gesagt hat, setz jetzt diese Richtlinie in nationales Recht um. Im konkreten Fall heißt das, wir stehen davor, dass das österreichische Urheberrechtsgesetz umgeschrieben werden wird, weil diese Richtlinie eben umgesetzt werden muss bis zu einem bestimmten Datum. In diesem Fall bei dieser Richtlinie bis zum Juni 21, in der Zeit, in der wir dieses Video drehen, im Juli 2020, beginnen gerade die Diskussionen, wie diese nationale Umsetzung aussehen soll. Mitgliedsstaaten haben hier einen gewissen Umsetzungsspielraum. Sie können ein bisschen nach links oder nach rechts gehen. Da funktioniert dann also die nationale Lobbyarbeit, die man vorher in Europa gesehen hat, noch einmal. Aber der Rahmen steht fest. Wie gesagt, man kann jetzt nicht mehr etwas schreiben, was im Widerspruch zu dieser Richtlinie steht. Adressat einer Richtlinie ist also ein Mitgliedstaat. Bei einer Verordnung, dem zweiten vorher verwendeten Begriff, ist es so, dass da eine Umsetzung nicht erforderlich ist. Das ist unmittelbar geltendes Recht. Da gibt es keine Diskussion mehr bei irgendeinem Ministerium, wie man das umsetzt. Jedermann ist Adressat einer solchen Verordnung und hier gilt erst recht der Vorrang des Europarechts. Das prominenteste Beispiel, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist die Datenschutzgrundverordnung, von der wird auch ziemlich viel hier die Rede sein. Das ist eine Verordnung. Das heißt also, das, was da drinnen steht, ist unmittelbar anwendbar. Keine Diskussion, ob man das in Österreich eher links oder eher rechts oder in der Mitte umsetzt. Trotzdem natürlich sehr viel Diskussion darüber, was das bedeutet. Und auch die Datenschutzgrundverordnung hat Interpretationsräume gelassen, die man in nationalen Gesetzen noch hat füllen wollen und füllen müssen. Aber der Block der Verordnung als solcher steht mal fest.